hi leute herzlich willkommen zu diesem video lasst uns in die liga gehen ich habe da voll abgekackt verteidigung auf c und schaut mal was ich hier alles verloren habe weil unterwegs gespielt im laufen also während laufen okay wir brauchen boni entfernung wenn es geht auf alle als komplett boni entfernen komplett boni entfernen oder jemand der durchhaut wenn ich nicht mehr zum zug kommen wegen der herrin obwohl die langsam ist und auch vivika aber wir wissen wenn es schlecht läuft dann feuern die halt trotzdem der panther ist noch nicht fertig schade entfernt er eigentlich macht hier immunität das wäre natürlich geil aber der ist halt bei weitem noch nicht fertig so wie spiele ich das denn minion removal oder anti minion sie wäre ganz gut alle gegner sind für 30 die immun gegen neue status effekt boni ja da sind keine drin aber ich muss ja auch irgendwie das ist halt mittel dann nehmen wir lieber die schnelle ries auch wenn es kein overheal ist là im bin bin � usted ich glaube g Wir werden sehen, wie das ausgeht. Also die Herrin ist langsamer, die darf natürlich nicht auslösen. Ich bin fast angehalten, hier Lila durchzuschieben und zu gucken, ob da noch was Gelbes oder eventuell auch was Blaues kommt. Ich könnte natürlich auch erstmal den Blauen hier machen, das wäre vielleicht ganz geschickt. Oder ich schiebe den Blauen hoch hier und habe dann, das geht in Grün. Ich mache das erstmal. Okay, da kam nichts. Ja, jetzt aber keine Schnellen, da hat man halt auch nicht allzu viele Versuche. Das ist schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich spiele den nochmal. Okay. Er wird feiern. Oh wow. Mir bleibt ja nur die große Kombi jetzt. Aber ich spiele mal so. Machen wir das Hippo an. Und auch Fortuna. Reicht das eine Teilchen? Das ist jetzt die Frage. Mit dem Hippo zusammen. Ja, das war so klein. Schwachkopf. Ah, super. Wir haben hier eine Chance auf Blauen. Ne, nicht wirklich. Das Beste wird sein, ich mache die Drachenbombe. Ich warte noch ein Zug. 50% Chance, Mana zu kriegen, passiert nicht. Dann jagen wir ihm das hier rein. Jetzt bleibt er liegen. So, machen wieder das Hippo an. Und schauen, was das macht. Und dann das, das geht in Gelb. Killt ihn. Super. Ein Heimer zum Spaß nochmal. Und scheppern da drauf. Sehr schön. Erster Angriff ist mal gelaufen. Also ich bin da wirklich schlecht, ne. In der Liga bisher. Aber ich habe es auch nicht richtig ernst genommen. Ich muss es ehrlich sagen. So, er macht gegen alles, außer gegen... Ne, nur gegen Schatten. Okay, also kein Dunkel mitnehmen. Er macht nochmal 230 auf alle 1794 Giftschaden. Also was, was reinigt, wäre ganz geil. Ich würde Rot mitnehmen. Ich würde Rot mitnehmen. Die Immunität... So, und dann Alucard. Der ist ja auch recht fix. Dann habe ich mal einen sehr schnellen roten Anteil da drin, ne. Ich hätte natürlich auch Hathor reinpacken können. Aber die Ninjas machen sich immer ganz gut zusammen. So, und dann Lila können wir nicht. Sollen wir dann... Was haben wir noch gehabt? Für Blau vielleicht zwei Grüne mitnehmen. Mit denen mache ich ja da. Was haben wir denn? Moment mal. Also sie und die Minions und sie mit dem Komplettreflex. Sie steht ganz außen. Sollte ja. Okay, wenn Granny drin ist. Kann es natürlich sein. Wir holen uns den kompletten Bonus. Den kompletten Ninja Bonus mit drei Ninjas. Und gehen so rein. Let's go. Hoffen, dass wir ein bisschen rot kriegen gleich am Anfang. Das wäre geil, um uns den Schutz zu holen, ne. Okay. Puh. Ja, das sehe ich natürlich. Das rote Match. Das ist leider halt auch das einzigste. Wir holen uns erstmal grün. Okay, da sind meine roten. Da gehen wir auch durch die Mitte. Und spielen dann vorsichtig die. Oh nein. Ich wollte gerade noch sagen, hoffentlich kommt da halt keine Kaskade. Okay, sie wird auslösen. Oh, das hat nicht gereicht, hey. Okay, jetzt haben alle Mana Boost, ne. Ich muss bei rot bleiben. Ich kann nicht in den Frosch rein spielen. Das reicht immer noch nicht, ey. Das ist ja schon frech, ne. Komm, ein roter, ey. Jetzt habe ich es verloren. Das ist zum Kotzen, ey. Haben die alle ihren Scheiß da drauf. Ja, der Giftschaden, ne. Das ist zu lang gebraucht. Ich kotze mich an. Mit dem schnellen Team, hey. Also so scheiße habe ich es ja jetzt auch nicht gespielt, ne. Ja, knall raus, auf. Alles gut. Langsames Team, krass, oder? Echt krass. So gelehrt, gelehrt. Okay, wir wollen bald gut bleiben. aber noch geld dazu und tauschen hier also als hitter aber sie Ich bin in der Seputin. let's go hippo gegen hippo kai ist auch okay den diamanten den muss ich machen 1,2,3,4 so jetzt ist die frau mir ja, mach mal okay hippo ist jetzt an so das reicht es zu und tinsel mit blau sie liest eh aus okay der haut durch da bringt mir der spotter nix aber er hat seinen job gemacht er hat abgefangen ok das scheint das einzige zu sein was funktioniert die konstellation irgendwie mit dem hippo zu spielen entweder sind meine anderen helden zu schwach oder keine ahnung ich bleib so hey das bisschen langsam wegen dem ritter halt ne und ab hoch der mitte äh jetzt löst tete sherry auch aus machen wir erstmal das boah der schreddert uns jetzt durch nehmen wir mal den heal ich hab nix mehr ne naja dann go for heute hau raus ich hab ja schon gehofft dass da auch noch was kommt die killt jetzt zwei oder auch nicht so wenn dann jetzt das spot ist an okay das killt ihn okay hippo deck up dispel nix mehr da zum dispel okay alle tot das scheint wirklich das einzige zu sein was funktioniert ne granatenschutz und das hippo das einfach nix interessiert so einen machen wir noch ja der dodge hier ne wirklich eklig ok 6 6 7 ne ich kann den lilaner nach oben ziehen dann habe ich wenigstens zwei mal drei ok da kommt nochmal blau das ist natürlich glücklich das killt ihn natürlich mitnichten schauen ob da noch ein blauer reinfällt fällt ist natürlich schön dann hippo dispel und erst mal rot ah schön ja holen wir uns die nochmal hippo läuft noch dann ritter noch mal fiends für alle heilerin hat spaß macht das ist echt wahnsinn das also das eine starke team ist das mit dem ich da durchkomme machen wir noch einen machen wir noch einen ja auch hier wieder gegenschlag und aller möglicher quatsch willow habe ich selber nicht muss man nachher 175 auf alle status effekt boni die die verteidigung betreffen ich habe nur ein tecker dabei ok let's go ok gut aussehen ist anders allerdings kann ich mir so wenigstens unten erstmal angucken was kommt wir machen uns den hier schade da kommt nichts mehr dazu dann wenigstens der dia ja ok hippo dispel bitte nicht ausweichen ja doch 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 klar machen wir sie ruhig und schieben hier die roten durch und chaos ok vielleicht nicht die mutter triggern ok hippo läuft noch gut gut das ist einfach das ist also ich kann da gar nicht kann da gar nicht groß rum operieren ne ich brauche ein team was da durchmarschiert und äh da wird wohl das hippo team das beste sein ok die anderen kommen später danke fürs zuschauen haut raus grüße gehen raus haut rein grüße gehen raus es gar immer langsam bis denn mas leh weh war